Have you any idea how successful censorship is on TV? Don't know the answer? Successful, isn't it? Hier den Saal der Bundespressekonferenz, das ist das Live-Signal dort. Und da dann die Impfung in ihrer Wirkung schon ein Stück weit zurückgegangen ist für diese Variante, darauf bereiten wir uns hervor. Und die Impfungen wirken gegen alle vier Möglichkeiten. Und da dann die Impfung in ihrer Wirkung schon ein Stück weit zurückgegangen ist für diese Variante, hätten wir weniger Impfschutz. In den Arjen brauchen wir die Impfpflicht. Wir schützen ganz gut vor Ansteckung, wenn auch nicht perfekt. Und zum Zwei... Und zum Zwei... Und zum Zwei... Stupid... 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 Freedom!